Ein Ford Ranger mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besticht durch sein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe des Diesels überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester hardness Dirk Bester Bis zum nächsten Mal.